so ich habe jetzt mal eine es nur wird das fest war schott ist nur diese eleganz okay die springen nun naja ok dass ich bremsen ich müsste noch irgendwo mein nötigsten habe was für ein knopf was ist da so dass eine page ab ist der lb knopf ok naja bin ich wohl auf die fresse gegangen also auf der besten zwei mann das russland spiele wenn ich das so sagen darf ich gehe hier die ganze zeit auf die fresse kann ja nicht sein vielleicht sollte ich auch einfach nicht zu viel gas geben ja nix flitzen haben mann was ist das hier h tritt in tritt hier und die er hat rückwärts sich aufbremsen richtig das kann ich nicht behalten ich wollte über dich springen hat irgendwie nicht geklappt so wie pinguin so jetzt hier runter es ist nur lang sind vergleich da ok das könnte schlimmer sein so ist das nicht das ziel ne rechts weil es so schön ist aber man das verknappen die los ok über die kann ich nicht verstanden schade ich komme ich nachher wieder komm ich nachher wieder hoch so das war es was ich das habe ich dafür ein mini spiel muss doch gar nicht soll wir haben es irgendwie geschafft geht es allen soweit gut ich habe schnell im ohr eigentlich hat das nicht aus also sowas entwickler sieht aus als wenn wir ziemlich weit gesprungen ach du meine gute noch ein rätsel ich hatte erwartet dass jetzt nicht mehr bald ist ok wo sind wir dann gerade wir sind hier bei hüllen hier werden so für eine hülle sich erst ab und wo ich habe war eigentlich nicht aber das jetzt hier sofort weiter geht ich wollte doch gleich schlafen ist doch schon wie viel ist gespräch ich für meinen bachelors über meine wissenschaftliche arbeit und jetzt noch das auch wenn du da so viel im zweck wie du willst kommt es doch eh nicht hin sehr schön so sind wir jetzt da scheint es dann weiter zu gehen ich hatte doch jetzt erst auf keinen bock darauf jetzt hier noch lange zu verweilen und jetzt dass wir kaum titan machen vergaß so wenn es weiter geht dann schauen wir uns noch mal erst mal wenn ich das gewusst hatte weil ich habe ja gespeichert ehe wir das dorf betreten haben also eher das video überhaupt angefangen hat also die aufnahme ich nehme an dass ich dann schnitt werde machen bei snowboard weil das herr wird sicherlich genügend sein für ja ok da waren auch so ein paar sachen aufs queen was sind das denn jetzt für dinger hier und die kann nur noch heilen und wenigstens habe ich jetzt sozusagen schon das material für samstags da bin ich eh nicht in köln habe also keine zeit für aufnahmen so sind zwar jetzt ich kann hier auch die karte nicht anwählen ich kann hier auch die karte nicht anwählen und hier auch die karte nicht anwählen die karte nicht anwählen ich bin es mir auch bei mir erstmal geknackt ich bin es mir auch schon wieder die karte nicht anwählen und einer das wäre dann dieser hier was habe ich fast übersehen aber fast die neue woche von cloud sieht etwas mächtiger ist ja ja sehr schön Das könnte stark sein bei ... Ah, du hast jetzt da schon den ... Und wenn ich das jetzt richtig annehme ... So, wo sind wir jetzt hier? Und einen der Quellen, okay ... Die sind vorhergekommen ... Wenn wir dort hingehen ... Da müssen wir eigentlich ... Beim Baum landen, oder was? Okay, es führen also zwei Wege zur Quelle ... Nun gut ... So, dann können wir jetzt sofort die neue Materie testen ... Oh, ein Miniroboter ... Wenn ich jetzt kaum nutze, sollte ich auch schaden ... Yes ... Sehr schön, okay ... Dann ist ... Die Fähigkeit genau das, was ich erwartet habe ... Wenn ich jetzt hier runterlaufe ... Dann sollte ich beim Baum landen ... Die Ekeltypen ... Ah, fliegen Sie schon hier ... So, eine kleine Heilung ... Auf Cloud ... Freie schön durchs Gefetz ... Befeift ... ... und das erzeug ist ... Dann muss ich eh mehr anfassen ... ... dass ich damit willkommen, wenn das neue Limit erreicht wird ... wir werden der baum von baum aus könnte man jetzt mal zuerst umsehen okay gibt es nicht nur drei wege das für zur brücke wir wollen jedoch zuerst mal zur hülle naja gegner gegner was haben wir dann hier mal wieder was bist du dann für ein typ kann ich dich einfach zerstören kannst du nicht alles auf k3 zu machen wenn der eisring an hat das hat keine wäckung und bye-bye so hier sollte dann die hülle sein okay das sieht noch einmal los wenn ich in die hülle will ich das der einzige weg also machen wir das auch okay das ist tatsächlich ein rätsel okay wenn ich jetzt hochspiel und es verpufft dann weiß ich wie es ja okay ich habe auch schauen wie es funktioniert auf die flasche wo ich drauf springe jede flasche rundherum wechselt dann das stadion das bedeutet wenn ich hier weiter will gehe ich jetzt auf das dann auf das dann auf das dann hier hoch wenn ich jetzt hoch springe dann geht es 1 und dann hier runter dann hier hoch dann hier hin dann wieder hier hoch so okay dann hier hin dann hier hin wie sie so was haben wir ja natürlichen gegner ja wunderbar und wollte einen auf die fresse aber natürlich wollte ich das sterben gegenschlag supergeil so drei tonk ein sicherheitsbett und das bedeutet was so totversteinerung an mich versteinerung okay was okay mir war wohl zu kalt bist du wach du bist im großen summen gebrochen dass du nur lebst dass du das mein Name ist vorzunehmen seit 20 jahren fast nach dem zu gehen dann hören die westmann geschichte okay das ist ja okay das ist ja 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 deshalb man tun okay warum unter seinem saldo stehen okay das ist ja rote über dem schnee ist er weg für zu werden okay okay ist dann rote prüfen und wechseln und wechseln das körper darunter wobei dann wechseln der ex knopf wäre und das ist okay okay wäre der ex knopf okay danke sehr okay das ist eigentlich gut zu wissen und hier werden jetzt auch nicht ein spreche punkt ist in dem hann ja auch noch mal ein sehr viel dank okay dann halt noch einen versuch aber ich bin jetzt am ansprachpunkt gelangt ich spreche dann jetzt mal ab ja ja woher tatsächlich eine stunde damit verbreitet Okay. Okay, kann ich wieder heruntergehen? Da waren wir jetzt tatsächlich einfach die Aufnahme, wackehörig, äh, war jetzt einfach irgendwie Spamware, okay, angegangen, durchstanden, äh, jetzt, okay, am besten. Schon habe ich eine Malware auf dem PC, weil die ganze Zeit der Browser angeht, mit Inventure-Pkw-Seiten, was zur Hölle? So. Ich habe keine Ahnung, worum es liegt. Ich lasse jetzt mal, ähm, man wäre bei uns durchlaufen, mein Antivirus und dann schauen wir mal, aber ich nehme an, dass es irgendwie so eine, äh, start-up-Datei irgendwie so ein Blödsinn. Also dann Leute, tschau tschau bis nächstes Mal, euer Giflion. 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 Ja.